ich brauche jetzt drei von euch drei mindestens ihr könnt gerne alle aber mindestens drei von euch müssen sie ich finde ich singe auch ob ich gut singe ist die andere frage das ist mir das ist mir völlig egal gültige sonne steht im märk tool und ihr könnt ja aussuchen wer es machen die kunst auch alle machen natürlich auch nur für mal nicht würfel ich möchte haare auch mit singen welcher melodie singt man das keine ahnung wir fangen einfach mal an die güldene sonne bringt freude und wonne die finsternis weicht also so in dem tag müsste man es denken ach so jahre als drei fernst du das ich habe es gerade einfach nur vorgelesen das ist alles ich bin so schlecht was musik angeht du glaubst es mich auch das hat mich das hat aber mich noch nie abgehalten davon zu singen das wird das outro das stelle das kriegen wir dafür noch mal extra punkte können wir da habe ich habe ich habe schon gesagt dass ihr das singen probe hatte ich böse hatte ich gesagt das bestanden ich habe es aber nur vergessen ah ok ok ihr müsst das aber hier meine mutter ist musiklehrerin die frage ich mal also alle zusammen auf drei eins zwei drei die güldene sonne die freude und wonne die finsternis weicht der morgen sich zeigt die grüte aufsteiget die finsternis weicht nun sollen wir gelobene herbeizt der morgen sich zeigt die grüte aufsteige die finsternis weicht nun sollen wir gelobene herbeizt dann fühlen sie kreis merken und wurde gewählt denn sie spreche aufsteigen und schrecken und wüten im wohlführende marx komm lass uns singen und fingen die stimme erschwingen zu danken dem herrn Er eignet und pflegt, dass er uns weich steht und weiche mich fern. In dunkelsten Zeiten wird er mich geleiten und bleiben bei mir. Wir schärfen die Sinne zu neuem Beginn und öffnen die Tür. Die Tür. Super.